Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus meinem kleinen Hotelzimmer in den Niederlanden. Ich habe meine Kleidung nicht gewechselt und es ist immer noch derselbe Abend, deshalb keine Sorge. Wir schauen uns heute nochmal ein weiteres Bild an, was ich euch zum Bearbeiten freigegeben habe. Und zwar den neuen Töter mal wieder, allerdings diesmal nicht im Sonnenuntergang, sondern auf einer Wacholder sitzend. Und ihr habt die Möglichkeit gehabt, das Video, wie ihr wollt, zu bearbeiten, ob ihr Photoshop-Künstler seid oder Photoshop-Anfänger. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang, sondern schauen uns einfach mal ganz kurz an, wie ich mich entschieden habe, das Bild zu bearbeiten. Und danach schauen wir an, was ihr da draus gemacht habt. Ich habe mich damals dafür entschieden, den neuen Töter relativ stark zu beschneiden. Für Instagram passt es, für mich passt es, solange ich es nicht 40 oder 1,50 Meter auf, was weiß ich, groß an die Wand drucken lassen möchte, kann man auch mal ein bisschen näher dran gehen. So ist meine Meinung. Wie immer sind solche Videos nur Meinung, das hat nichts mit Fakten zu tun. Bildbearbeitung ist wirklich Meinungssache und ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Andererseits ist eure Bildbearbeitung so wie sie ist, für euch muss sie passend sein. Wir machen das, um einfach ein paar neue Blicke zu bekommen, neue Blickwinkel, neue Eindrücke, aber auch Inspiration für mich, für euch. Vielleicht kann ich euch noch den einen oder anderen Tipp geben, vielleicht könnt ihr mir noch den einen oder anderen Tipp geben. Deshalb lasst uns konstruktiv in den Kommentaren darüber schreiben und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal mein Foto an, wie ich das bearbeitet habe. Ich habe aus dem Grün gerade in der oberen Ecke ein Gelb gemacht, als würde dort die Sonne so ein bisschen reinscheinen, im Blickwinkel des Neuntöters. Ich fand das eigentlich, ja, macht das Bild sehr, sehr interessant und warm. Ja, mir hat das ganz gut so gefallen, ansonsten habe ich dort relativ wenig gemacht. Ich habe es nachgeschärft, entrauscht, ein bisschen an den Reglern gespielt, so viel habe ich da gar nicht dran gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da draus gemacht habt und deshalb schauen wir uns einfach mal an, was ihr da draus gemacht habt. Fangen wir an mit dem Bild von Ann-Christin. Sie hat eine sehr grünstichige Variante genutzt. Was mir direkt auffällt, das Bild rauscht relativ stark, was natürlich erstmal an mir, dem Fotografen, liegt. Aber viel kann man ja dank heutzutage oder moderner Technik auch wieder entrauschen oder moderner Software. Das würde ich empfehlen, dass du da dir vielleicht mal ein Tutorial auf YouTube zu anschaust, wie man in Photoshop, Lightroom oder in welchem anderen Bildbearbeitungsprogramm du auch immer nutzt, dass du dort einfach mal dir das anschaust, wie man das macht, weil das macht wirklich sehr, sehr viel aus, ob ein Bild wirklich gut entrauscht ist oder nicht. Ansonsten hast du dich auch nicht dafür entschieden, das Bild zuzuschneiden, was jetzt, finde ich, ein bisschen langweilig wirkt. Da der Neuntöter ja links sitzt und auch nach links schaut und somit so ein bisschen diese ganze rechte Seite ein bisschen unnötig ist, meiner Meinung nach. Trotzdem finde ich die Bildbearbeitung, gerade der Farben, finde ich sehr, sehr schön. Das ist ein schönes, saftiges Grün, was zwar so dort nicht war, aber was man aus der Bildbearbeitung rausholen kann, darf man ja schließlich auch. Ich bin da jemand, der da relativ offen mit der Bearbeitung ist, also für mich gibt es da keine Regeln oder einen Kodex, den man beachten muss. Klar, wenn man jetzt viel macht und wegstempelt und so weiter, dann gewinnt man damit keine internationalen Wettbewerbe. Aber das ist gar nicht mein Anspruch, sondern ich möchte schöne Bilder, schöne Erinnerungen festhalten. Für mich, für Instagram, vielleicht auch für andere, die sich daran erfreuen und keine Wettbewerbe gewinnen. Und deshalb finde ich auch dieses Bild sehr, sehr gelungen. Schauen wir uns ein weiteres Bild an von einer anonymen Einsendung. Und du hast es eigentlich relativ ähnlich gemacht wie ich, ein bisschen gelbstichiger vielleicht und noch ein bisschen näher beschnitten. Und so kriegt man ein wirklich knackscharfes Bild vom neuen Töter. Auch bei dir würde ich wieder sagen, ich würde das Bild oder das Motiv so positionieren, dass der Vogel in Blickrichtung noch etwas Platz hat und dort, wo keine Blickrichtung ist, da kann man noch mal ein bisschen mehr wegschneiden. Trotzdem finde ich das wirklich stark, auch wie du es geschärft hast. Es sieht bei dir deutlich, deutlich schärfer aus als bei mir. Deshalb kannst du mir ja vielleicht mal schreiben, wenn das dein Bild war, wie du das gemacht hast. Danke nochmal für deine Bildbearbeitung, wirklich klasse. Du hast mir das Bild auch noch in Schwarz-Weiß geschickt. Ja, Schwarz-Weiß, finde ich, passt bei diesem Bild nicht ganz so gut. Schwarz-Weiß ist ja immer so eine Allzweck-Waffe, alles sieht in Schwarz-Weiß gut aus. Wobei das bei Tierfotos, finde ich, nicht immer so zutreffend ist. Schauen wir uns jetzt das Bild von Benjamin an. Vielen Dank auch für deine Einsendung. Und dieses Bild könnte auch von mir sein, beziehungsweise diese Bearbeitung könnte auch von mir sein, denn ich habe das Bild zweimal bearbeitet und beim ersten Mal sah es ziemlich genauso aus, wenn ich das richtig im Kopf habe. sozusagen relativ knapp beschnitten, schön positioniert nach der Dreierregel, sodass schön das Auge oben in der Wegkreuzung der Drittellinien ist. Die Farben gefallen mir auch gut. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr mit der Dynamik spielen, aber dieser relativ entsättigte Farbverlauf ist ja für viele auch sehr, sehr schön. Danke auch nochmal für deine Einsendung. Das nächste Bild ist von Franz und als erstes fällt mir auf, dass es nicht zugeschnitten ist. Trotzdem gefallen mir vor allem die Farben sehr gut. Das ist ein sehr kühles Grün, was eigentlich sehr gut dazu passt, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist das Bild nach Sonnenuntergang, kurz nach Sonnenuntergang, also eher in der blauen Stunde als in der goldenen Stunde oder sonst irgendwie entstanden. Und dafür passt das sehr, sehr gut. Die Farben sind wahrscheinlich realistischer oder sind deutlich realistischer als in meiner Bearbeitung. Wenn man da noch ein bisschen näher ran zoomt, ein bisschen das beschneidet, dann würde ich sagen, dass mir diese Bearbeitung sehr, sehr gut gefällt. Vielen Dank nochmal auch an dich. Darf ich euch kurz Vivara den Sponsor dieses Videos vorstellen? Mein Partner steht seit mehr als zehn Jahren für besonders nachhaltige und umweltfreundliche Vogelfuttersysteme, Nistkästen und vieles mehr. Ich bin mir sicher, es ist auch etwas für dich dabei. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Klick dich einfach mal durch auf ihrer Website. Findest du sicher etwas für deinen Garten oder deinen Balkon. Schauen wir uns jetzt die Jochens Bildbearbeitung an. Und Jochen habe ich auch schon im letzten Video gesagt, wenn er was kann, wobei das jetzt fies ist, dann Bild bearbeiten, weil er noch viel, viel mehr kann. Er kann auch jonglieren. Bin ich auch ein bisschen neidisch drauf, weil mit den Keulen kriege ich das noch nicht so hin. Du hast dich ähnlich wie ich auch für einen Beschnitt entschieden. Und bei den Farben hast du dich allerdings ganz, ganz anders entschieden. Das ist für mich so ein bisschen washed out, also so entsättigt, aber trotzdem irgendwie schöne Farben gewählt. Gerade auch die Rückenfedern des Neuntöters kommen da sehr, sehr gut raus, stechen mir direkt ins Auge. Und alles Unwichtige, was ablenken könnte, ist entsättigt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn es nicht mein Stil ist, auch wenn ich es so nie selber bearbeiten würde. Vielleicht muss ich da einfach noch ein bisschen länger dabei sein und dann kriege ich das auch so hin. Wirklich eine sehr, sehr schöne und stimmige Bearbeitung. Vielen Dank, Jochen. Schauen wir uns jetzt das nächste Bild an von Julian. Und auch Julian, du hast eine ähnliche Komposition gewählt oder einen ähnlichen Beschnitt gewählt, wie auch Jochen, wie auch ich und wie auch ganz viele andere, die meine Bilder bearbeitet haben. Ich glaube, wir können uns einigen, dass das so ein bisschen die schönste Pose vielleicht ist, wie man das zuschneiden kann, auch wenn das natürlich nur persönliche Präferenzen, persönlicher Geschmack ist. Deine Farben sind relativ entsättigt, aber nicht so entsättigt wie bei Jochen. Finde ich trotzdem eine sehr, sehr schöne Lösung, auch wenn ich da entweder dann in Jochens Richtung oder eher in diese mehr gesättigte, mehr Dynamik, ja, in diese Richtung gehen würde. So ist man so ein bisschen between the chairs, wie das der Amerikaner oder der Engländer sagen würde. Und man hat von beidem nicht so wirklich was und dadurch, finde ich, fehlt dem Bild etwas. Außerdem wirkt der Hintergrund relativ rauschig. Das hat den Grund, dass natürlich der ISO relativ hoch war, aber wie auch vorhin schon gesagt, kann man da ja mittlerweile mit der Bildbearbeitung einiges auch wieder rausholen. Schauen wir uns nun das Bild von Mark an. Auch da finde ich wieder sehr interessant. Du bist der Erste, der ein anderes Format gewählt hat, was auch hier wieder, finde ich, sehr gut passt, weil dem Blickwinkel des Neuntöters mehr Platz gewährt wurde. Der Hintergrund ist ja relativ, oder ist ja ziemlich verschwommen, ziemlich verwaschen und somit stört da auch, finde ich, nichts. Vielleicht kann man argumentieren, dass sogar schon wieder zu viel Platz in Blickrichtung gelassen wurde, aber auch das ist wieder persönliche Meinung. Die Farben finde ich auch schön. Relativ dunkel, wie ich das auf meinem Laptop sehe, aber ich habe auch keinen kalibrierten Laptop. Das heißt, die Farben kommen da auch ein bisschen anders raus als vielleicht bei euch. Trotzdem eine sehr schöne Bearbeitung. Ich bin wirklich begeistert, was ihr alle auch in Photoshop, Lightroom und Co. könnt. Das ist wirklich eine Serie, die mir sehr viel Spaß macht. Und ich bin wirklich positiv überrascht und positiv begeistert, was ihr alles aus meinen Bildern machen könnt. Also wenn ihr das ähnlich seht, dann lasst mir vielleicht einfach mal ein Like da und gebt mir einen schönen Kommentar, da machen wir das auch noch öfter, weil ich habe noch sehr, sehr viele Fotos auf der Festplatte, die bearbeitet werden können, zum Beispiel auch von euch. Und da würde es mich einfach freuen, wenn ihr mir positives Feedback, wenn ihr das denn auch so seht, zu dieser Serie geben würdet. Schauen wir uns dann nun das Bild von Melina an. Sie hat ein Hochformat gefällt, was mir auch wieder nicht in den Sinn gekommen wäre, aber eigentlich, finde ich, passt das sehr, sehr gut auch schon wieder. Mir ist es persönlich oben ein bisschen zu viel Platz, gerade auch, weil hier dann schon wieder die nächsten Ästchen nicht ganz so freigestellt zu sehen sind. Das stört mich ein bisschen, wobei die ja auf den anderen Bildern zum Teil auch drin sind. Die Farben sind für mich etwas zu kühl, ein bisschen so sieht es aus. Oder ich würde da ein bisschen mehr Dynamik noch reinpacken, aber alles in allem, finde ich, ist es auch wieder ein schönes Bild. Und ihr habt wirklich sehr, sehr viele tolle Bearbeitungen daraus gemacht. Schauen wir uns jetzt Samuels Bild an. Samuel, finde ich, hat einen sehr, sehr schönen Bildbearbeitungsstil. Und das sieht man auch in diesem Bild wieder. Es sieht fast so ein bisschen aus, dass Samuel, oder es sieht so aus, als hätte Samuel die Sonne, die ich reingefotoshoppt hat, auf der linken Seite hat er auf der rechten Seite reingepackt. Und es passt sehr gut, weil die Sonnenstrahlen oder dieser heller Fleck so ein bisschen in Blickrichtung des Neuntöters in das Bild reinkommen. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin nicht drauf gekommen, aber ich bin froh, dass du da drauf gekommen bist. Vielen Dank auch nochmal für deine Bearbeitung. Die Farben, die sind ja bei dir oftmals etwas quietschig, teilweise sogar. Passt aber auch wieder sehr gut zum Neuntöter. Und ich finde, auch in der Naturfotografie kann man mit satten Farben auch sehr, sehr gut arbeiten. Schauen wir uns nun noch Stefans Bild an. Auch deins, muss ich sagen, ist nicht 100% entrauscht. Und du hast dich auch nicht dafür entschieden, das Bild zu beschneiden. Trotzdem finde ich die Bildbearbeitung, also rein was du aus den Farben gemacht hast, auch wieder top, relativ schlicht gehalten. Aber das geht ja bei der Naturfotografie auch ganz gut. Ich würde, wie gesagt, etwas ranzoomen und dann kann man den Neuntöter als Motiv auch ganz gut erkennen. Das ist ja gerade, wenn man Bilder auf Instagram hochlädt, ist es ja oft so, dass die Bilder dann gut ankommen, wenn man Close-Ups hat und nicht diese Motive in der Landschaft. Auch wenn die Motive in der Landschaft vielleicht die besseren Bilder sind, wenn man sie groß ausdruckt. Solche Bilder wirken teilweise wirklich erst, wenn man sie mal auf Leinwand hat und dann wirklich sie an der Wand hat und bestaunen kann auf Instagram im kleinen, auf dem kleinen Handy im Feed. Da wirkt sowas leider oftmals nicht ganz so schön. Trotzdem eine sehr schöne Bearbeitung. Vielen Dank. Jetzt haben wir noch einige Bearbeitungen, zum Beispiel von Thorsten. Du hast dich für eine relativ matte und entsättigte Bildbearbeitung entschieden. Ähnlich wie Jochen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Auch der Zuschnitt ist ein bisschen weiter zwar als die anderen, aber auch da finde ich, kann man auf jeden Fall argumentieren. Für Instagram vielleicht noch zu weit beschnitten, aber so für die Wand würde ich mir das direkt aufhängen. Sieht super aus. Vielen Dank auch nochmal für deine Bildbearbeitung. Nun haben wir noch die Bildbearbeitung von Tobias. Er hat sich für auch eine relativ warme Bildbearbeitung entschieden. Sieht klasse aus. Ich kann jetzt zu den Bildern gar nicht mehr so viel sagen, weil ich mich ja doch immer und immer wieder wiederhole. Was ich sagen kann, da wiederhole ich mich gerne, ist, dass ich den Vogel gerne so positioniert habe, dass in Blickrichtung noch etwas Platz ist. Das wurde dort jetzt leider nicht gemacht und somit wirkt die zweite Hälfte des Bildes etwas langweilig, sehr leer. Trotzdem finde ich die Farben in diesem Bild sehr, sehr schön und angenehm. Gefällt mir sehr gut. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit den Bildern. Vielen Dank, falls du dabei warst und deine Photoshop und Lightroom Künste an meinen Bildern herausgelassen hast. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du konntest vielleicht auch noch etwas mitnehmen. Falls du meintest, ich habe gar keine Ahnung oder sonst irgendwie, schreib mir gerne einen Kommentar. Ich diskutiere gerne mit euch. Schreib mir deine Ansichten. Ich bin wirklich, wirklich gespannt und ich bin wirklich bereit, auch etwas dazu zu lernen. Ich danke dir fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!